watches and wonders 2023 wie jedes jahr sind vor der messe der wichtigsten messe des jahres die gerüchte hochgekocht was die neuen rolex uhren sein könnten die letzten jahre waren diese gerüchte eigentlich immer an der sache vorbei rolex hat auch nicht so viel gezeigt aber dieses jahr brennt rolex ein richtiges feuerwerk ab wir können so viel berichten aber wir konzentrieren uns auf zwei ganz wichtige neuheiten und die stelle ich euch jetzt vor die wichtigste neuheit von rolex ist die neue detona mit vollem namen oyster perpetual cosmograph detona auf den ersten blick sieht die neue aus wie die alte aber es gibt jede menge änderungen in den details wir vergleichen hier das stahlmodell mit weißem zifferblatt die neue referenz 126 500 ln mit dem vorgängermodell 116 500 ln das gehäuse ist jetzt mit 11,9 mm noch einmal flacher geworden gegenüber der 12,8 mm hohen 116 500 die hörner laufen jetzt am ende nicht mehr so spitz zu und wer auch früher schon genau hingesehen hat weiß dass die hörner auf der rechten seite immer etwas dünner waren als die auf der linken und die rechte seite mit krone und drückern etwas optisch zu kompensieren jetzt sind die unterschiede geringer geworden allerdings sind die linken hörner immer noch minimal dicker was nicht zuletzt auch ein schutz gegen fälschungen ist der kronenschutz auf der seite ist auch anders gestaltet nämlich etwas länger die sichtbarste veränderung betrifft aber die keramik lönette aus cerachrom sie ist jetzt eingefasst in einen schmalen ring der aus demselben material besteht wie das eigentliche gehäuse was das ganze noch resistenter macht ebenso gut sichtbar sind auf dem zifferblatt die längeren und schlankeren stundenindexe sowie die leicht schlankeren zeiger ganz unten auf dem zifferblatt da wo swissmate steht findet man die winzige rolex krone die für ein werk der neuesten generation steht und tatsächlich gibt es zum ersten mal seit dem jahr 2000 ein neues werk die weiterentwicklung des damals eingeführten automatik chronographen 41 30 heißt jetzt 41 31 es unterscheidet sich vom vorgänger unter anderem durch die chronology hemmung deren teile aus einer nickel phosphor legierung bestehen sowie die blaue paramagnetische paragrom spirale und das paraflex antischock system das werk ist von rolex als chronometer der superlative ausgezeichnet und wird dementsprechend auf eine ganggenauigkeit zwischen minus zwei und plus zwei sekunden pro 24 stunden reguliert eine präzision die rolex auch garantiert die neue detona ist bis 100 meter wasserdicht es gibt sie in fünf materialien in edelstahl mit weißem und schwarzem zifferblatt in edelstahl und gelb gold das nennt rolex rolesor andere nennen es bicolor in gelb gold in ever rose gold das ist das besondere rotgold von rolex und in platin und übrigens besitzt nur die platin version auch einen glasboden durch den man das werk sehen kann übrigens ein glasboden ist kein absolutes novum bei rolex das gab es mitte der 2000er jahre auch schon mal bei der cellini apropos glasboden den gibt es nicht nur bei der platin detona sondern auch bei einer ganz neuen linie mit dem namen perpetual nicht zu verwechseln mit oyster perpetual die neue linie ist sozusagen die nachfolgerin der cellini die rolex aus dem programm genommen hat es handelt sich also nicht um eine sportuhr sondern um eine elegante golduhr mit lederband dazu passt dass die krone nicht verschraubt ist trotzdem ist die perpetual immerhin bis 50 meter wasserdicht das erste modell der neuen linie heißt 1908 die zahl bezieht sich auf das jahr in dem rolex gründer hans willsdorf die marke rolex in der schweiz offiziell registrieren ließ die 1908 misst 39 mm im durchmesser und ist mit 9,5 mm relativ flach für eine rolex im vergleich zu einem rolex sport modell mit vergleichbarem innenleben ist die perpetual um rund 20 prozent flacher auf dem zifferblatt sieht man drei arabische ziffern für drei neun und zwölf bei sechs uhr befindet sich die kleine sekunde die index sind lang und dünn leuchtmasse zur nacht ablesbarkeit fehlt was auffällt ist der stundenzeiger der an seinem ende eine durchbrochene scheibe hat die zeiger achsen sind mit einer gold kappe bedeckt für die zeitmessung hat rolex ein neues werk entwickelt das automatik kaliber 71 40 mit 66 stunden gangreserve die 1908 gibt es in weißgold und gelbgold mit einem band aus alligator leder dessen unterfutter aus rolex grünem kalbs leder gefertigt ist am arm befestigt wird sie mit einer neuen doppelfalt schließe die rolex dual clasp nennt die preise liegen bei 21.600 euro für das gelbgold modell und 22.900 euro für die weißgold uhr die neue detona mit der neuen kaliber generation und der verbesserten optik ist sicher eines der highlights dieser messe über das auch viel gesprochen wird ich persönlich bin auch sehr gespannt wie die neue perpetual sich entwickeln wird die nachfolgerin der cellini eine schöne gold uhr mit glasboden und schauen wir mal wie sie performen wird in den nächsten jahren